hallo alle zusammen willkommen zurück bei grounded was habe ich heute vor erst mal mich in gefahr begeben und das sieht dann so aus dass die bienen mich hier unbedingt vermaschen wollen aber ich hoffe nein nicht gut nicht gut nein 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 nicht das wird eine nummer hier aber wenn es mal schnell gehen soll immer dasselbe du weißt bin ich auch noch verlangsamt aber zumindest ich bin hier hoch ja ja warum mache ich das ganz eigentlich hier ich brauche puzzle jede menge puzzle und bevor ich hier drauf gehe wäre super wenn das nicht passiert werde ich die bienen los krise ja wo bin ich eigentlich bin hier auf dem tisch auf dem gartentisch würde ich euch gerne zeigen ist jetzt aber gar nicht so gut ich muss hier erst mal ein bisschen flüchten ich habe immer weil sie keine heilung mehr und dementsprechend trete ich hier lieber die flucht an ich hoffe das funktioniert okay gut okay noch einmal wieder brauchen puzzle puzzle wofür das zeige ich euch gleich und wo wir die bekommen auch ich brauche allerdings erstmal heilung das heißt ich werde zurück zur base und damit das wunderbar funktioniert und möglichst schnell und ich mich nicht erneut in gefahren begebe würde ich sagen nehme ich hier die seilrutsche die ich mit marcelli aufgebaut habe und den haben wir das haben wir hierhin gemacht so okay so ab geht's juhu okay ob die bienen erwischen mich jetzt hier nicht wäre nicht so schön okay da das ganze hier ein bisschen länger dauert einmal im vorlauf so da bin ich wunderbar ja die vorgetränke als base genommen wunderschön beleuchtet uninteressant ich weiß brauchen wir gerade nicht ich muss was trinken erstmal das viel wichtiger heilung bekommen und dann geht sofort weiter die fügel wo bekomme ich die zeige ich euch sofort und zwar auf der karte gibt es zwei möglichkeiten einmal hier da ist ein handschuh dann kriegen wir puzzle und einmal hier oben da ist ein tisch und dort gibt es auch fügel aber damit das nicht so lange dauert haben wir da natürlich auch gut sagen haben wir dann natürlich auch eine seilrutsche soja war das blöd na gut dann nehme ich das wir haben unten noch pflanzenfaser das heißt die base ist ja recht gut ausgerüstet und das bedeutet da haben wir pflanzenfaser jawohl und die mache ich jetzt mal zu verbinden nein nicht da mein gott schon total verwirrt nach zwei hätte ich noch gehabt naja und mit zwei kriegst ja nicht hin so herstellen dann nicht da dort so faserverband also immer drei faserverbände und zweimal saft ich kann jetzt scheinbar nur ein herstellen den anderen saft den habe ich drüben im außenposten so gut dann habe ich wenigstens schon mal einen und kann mich jetzt mit der acht heilen alles klar prima das hilft auf jeden fall schon mal ungemein und sichert den raus und schon geht es wieder weiter mit einer seilrutsche ok wo haben wir die seilrutsche die passende und und was machst du denn hier cool schwupps und yes so da ist unser palast der tempel prima prima so meine wasserflasche hätte ich jetzt noch zwei tropfen mitnehmen können mache ich jetzt nicht geschafft denn das kann ich auch hier oben machen wir haben ja fast überall die möglichkeit so einmal dieser tanken und auf geht's so dann müsste das die rutsche hier sein ja wohl das ist er gut dann sehen wir uns gleich ok da sind wir schon fast angekommen das heißt hier in dem punkt kommen wir an und jetzt muss ich nur noch nach dort das heißt ich muss nicht mehr so weit laufen zum glück ok blöde laus achso moment mal ein bisschen licht machen hier mal ein bisschen licht machen da glühwürmchen kopflampe die benutze ich und schon haben wir es hell zumindest heller wollen wir noch mal kurz kontrollieren ob ich den weg auch korrekt ist den ich hier laufe das war klar ein bisschen weiter nach links so ungefähr dann sollte das klappen und danach geht es dann noch zum tisch um den rest zu holen moment kann ich hier noch ein paar pilze einsammeln das wäre cool wir sind was zu essen ne grad nicht obwohl moment ich bin hier schon am fahrrad ich nehme erst das fahrrad ja ich habe zu wenig heilung und ich habe jetzt auch keinen saft mitgenommen ah da haben wir auch saft und hier auch so ups nein na gibt es doch nicht um ob bist du wohl und noch einen und noch einen und noch einen der saft ist übrigens leider nicht trinkbar der ist nur falsch übersetzt das heißt äh eigentlich ist das baumharz und jetzt nochmal schnell herstellen pflanzenfaser jo zwei kann ich herstellen super haben wir prima denn da oben werde ich ein bisschen schaden bekommen und dementsprechend wäre es hilfreich wenn ich mich da ein bisschen auch heilen kann hopp hopp na komm hm hüpp so ja das ganze hier im dunkeln da seht ihr leider nicht ganz so viel aber es ist trotzdem sehr schön na komm hoch ok dann haben wir hier oben an der lampe auch noch pure wissenschaft das heißt über dem sattel könnt ihr dort hin und ist auch wirklich nichts schwieriges das leider spawnt der nicht nach sonst hätte ich mir den schon geholt ok gut auf dem tisch bin ich schon mal jetzt wäre schön wenn es ein bisschen heller wäre hm ok moment moment ich brauche ich brauche die wenn ich mich richtig entsinne ja und die tut uns zum glück nichts gut natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt und dadurch dass ich nicht viel sehe egal das klappt so wird sie nicht in die ritzen hier reinfallen ja nicht so schön und zwar hier diese was denn das moment ja ja wie schon gesagt die hauen uns ganz schön dolle muss ich erstmal wieder ein bisschen flüchten hier ja moment die sind tierisch lästig auf jeden fall liegen da noch ein paar mehr so kurz abwarten ja für den fall dass ihr das noch nicht kennt das sind wege markierungen hier haben wir zum beispiel ein blitzer das sind diese blitzenden ähm grün blitzenden käfer brauchen wir auch jetzt aber nicht das ist die base wo wir eben waren und das ist das ziel wo ich eben angekommen bin ok nichts desto trotz wir brauchen weitere Fussel hier sind so viele von denen ach milden genau jetzt habe ich es na nicht nein 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 schnell heilung 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 oh mein deckel hat schon erwischt also mein hut uh ist nicht ganz so einfach hier hüpp kommt schon heilung 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 okay wie viel Fussel habe ich denn jetzt mhm so viel liegt dann nämlich auch nicht mehr ähm ah ja doch moment wir werden da oh oh zehn Fussel habe ich meine tasche ist inzwischen ganz schön voll unschön also erstmal ein bisschen was essen dann ist die der platz auch gleich leer oh nein 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 und schon wieder am flüchten hier komm schon ich bin ja mehr mit flüchten beschäftigt aber ich brauche auch mehr heilung also ich muss eh noch ein bisschen abwarten waah los 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 komm schon komm schon lauf lauf ok los gehts na das läuft doch besser jetzt denn dieses mal hm lauf doch na die milven verlangsamen einen auch leider ein wenig habe ich den nicht eben schon weggehabt? ok so ich hätte mir noch mehr heilung mitnehmen sollen obwohl im moment genau mit einem halt dran geht das auch viel besser ich gleich noch einen ok und los gehts so nächste 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 ja ja ist ja gut blöde Milbe von den Milben übrigens kriegen wir auch die Fussel komm schon lauf ah sehr unschön sehr unschön und los gehts ja ja ist ja gut so ich glaube das war es dann auch schon mehr ist hier gar nicht hm ne der Tisch ist leer gut prima dann gehts jetzt los zum Handschuh die greift uns an das will ich nicht ok gut kurz Karte gucken ok da bin ich in die Richtung sollte ich laufen und dann müssen wir runter das heißt hier kann ich noch weiter laufen wobei das ist hier gar kein Tisch wo ich hier gerade bin das ist eine Veranda tut mir leid sorry habe ich leider falsch gesagt du auch gut gut ja die Kriegerameisen hier die schwarzen die greifen uns auf jeden Fall an wie ihr gesehen habt die mit den Zähnen vorne ja und hoffentlich ja den Gleiter habe ich ausgerüstet das ist sehr schön dann kann ich nämlich hier auch schön runter springen und hopp yeah nein ok das war sowas von ungeschickt ok Fussel 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 da einer äh komm schon hau drauf schneller 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 komm schon komm komm und los da brauche ich den noch Heilung sieht zur Zeit noch gut aus also Lebensenergie besser gesagt ja ja ist ja gut ist ja gut lauf 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 hm hm hier habe ich gerade nichts mehr ja doch da wenn du so einen haben wir noch mal gucken wie die Ausbeute gewesen ist wenn ich das hier alles eingesammelt habe und überlebe aah aah krisel oh ist hier wirklich nichts mehr sieht nicht danach aus nein ich hab sie alle ja uh aufpassen wir irgendwo runterfallen hüp lauf 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 uh noch eine Kriegerameise gar nicht gut die kleinen hier die tun uns ja zum Glück nichts uh uh wenn wir schon wieder eine Kriegerameise und da auch oh man hüp lauf 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 alles voller Kriegerameisen hier ich will euch dieses mal wirklich nicht hauen nein ich haue euch nicht lass das lasst mich doch in ruhe so mal gucken dass ich hier aus dem Kampf raus komme sprich wenn die Musik zu Ende ist bin ich auch aus dem Kampf raus wow die beiden sind sich sicher dass sie das gar nicht wollen glaube ich klasse uff okay einmal speichern äh damit nichts passiert fortfahren sehr gut uff ups gut weiter 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 das ist noch nicht der Handschuh gucken wir nochmal ja die Richtung ist auf jeden Fall sehr gut idealerweise geht mein Gleiter auch auf das heißt das passiert leider nicht immer das ist nicht schön ja diesmal hat es geklappt höh höh drum vorbei nein gut retour gut die bin ich los hepp 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 sprung na hätte ich gar nicht gemusst na gut hepp ich hoffe mein Gleiter geht jetzt auf oh kontrollieren Richtung passt ungefähr hm ja und joo uah oh man so war das nicht geplant achso ja Moment heilung 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 kann ich mir noch was herstellen halt herstellen dort nee der Saft fehlt mir verdammt na gut nehmen wir halt einen Heiltrank wieder ok gut da liegt der Handschuh da vorne richtig wir sagen ja mal gucken doch hier kommt doch super rüber hepp jo ui ist der groß ja gut ich meine ist ein Handschuh wir sind geschrumpft somit passt das ja ok so haben wir den Fussel da ja Fussel juhu na komm schon na nicht runterfallen oder irgendwo hin mal gucken haben wir hier auch einen jawohl gut prima so dann wollen wir doch mal gucken wie viel wir jetzt davon in der Tasche haben ähm im Winter Rüssel da haben wir sie so insgesamt haben wir jetzt hier 21 21 ist nicht so viel denn wir müssen daraus etwas herstellen und zwar äh Moment wo ist es doch gleich da Fusselseil von dem Fusselseil brauchen wir jeweils 3 und das ganze können wir nur am Spinnrad machen gut ja wofür brauchen wir das im Idealfall wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe nicht Rüstung dort ähm nein 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 ah ne Kletten doch Fusselseil genau wir brauchen immer 2 Fusselseil und 4 Kletten damit wir entsprechend einen Klettenboden herstellen können der übrigens auch optisch sehr schön aussieht ja und von daher dann haben wir geschafft was wir schaffen wollten erst einmal 3 Tage jetzt im Spiel bleiben das heißt Tag Nacht Tag Nacht und so und dann kann ich hier die Fussel auch wieder neu farmen mit anderen Worten ich warte jetzt hier natürlich nicht ist ja Blödsinn denn das würde viel zu lange dauern also dann würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen nehmt noch ein Abo mit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao ciao